zum beispiel ein rezept auf jeden fall ein das sehr wahrscheinlich nicht funktioniert zwar hier das lieben die hier 6 wolle da hätte könnte ich demonstrieren ich weiß noch bis 6 wolle da gut ist sowieso dunkel so auf welche höhe können wir uns einigen hier auf dem her wo es fällt auch so 64 dann müsste ich eigentlich das loch hier ausfüllen dann ein bisschen weg buddeln hier immer an zu haus hinstellen weil das kann dieses dreckige gras weg noch ein bisschen ausleuchten hier so haben wir dann ich guck mal da haben wir noch eine wolle hier sind noch zwei wolle ich glaube das war es aber auch mehr wohl haben wir gerade nicht habe ich alles verbraucht noch mal die schafe nach oben schaffen und wir scheren gehen wir haben doch hier irgendwo hier ist noch holzkohle mach mal hier aber gut natürlich ist ein monster nähe danke der kleine 1 im dorf und dann ein bisschen weiter weg kommt auf gewohne dann geht das so hoch da stehen sie alle kribbelchen du was bist du denn dich kenne ich jetzt aber nicht zwei stück was seid ihr eine blumen äh ähm okay äh okay ja ist gut ist gut ist gut null ahnung kein schimmer äh ja sagen wir mal was klaust hier meine blumen du bist Kupferkohr, hast du wieder was schönes für uns? warum nicht wenn wir sie haben warum nicht so was braucht man unser haus jemand vorschläge ich höre nichts nach schade gute frage eigentlich muss das holz dann ja genau es muss holz sein so was wir heute nehmen wir denn von der auswahl wir haben daraus wird dschungelwurz oder so was ich habe auf reisen was mitnehmen sollen glaube ich na ja ja klar das ist also kaktus nee wir haben keine anderen baum sollten was wollen wir eigentlich bauen dann müssen wir wohl oder übel ja komm warum nicht dann erstmal auf jeden fall ein bisschen aussetzen weil wir brauchen ja dann noch mehr kann man haben sogar einen dschungel mal gucken wenn ich den einen aussitze ob wir den irgendwie vermehren können so ein bisschen hoffnung was hat die mal dahin ich kann es euch mal einfach mal gucken ich kann den baumfarm bauen wäre ich auch eine option aber will ich noch nicht will ich ehrlich gesagt noch nicht so schauen wir mal also hier das kann auch weg so langsam haben wir eigentlich ein schwecken brunnen das kann man den abreißen ich bin auch mal auf unsere kuh einsperren das wäre vielleicht nicht verkehrt so weg damit alles weg alles weg so terraforming ne wie gesagt ich mache ja eigentlich ausführliche displays aber ihr könnt gerne in den kommentaren reinhauen dann kann ich auch gerne mal das ein oder andere auf kamera machen das überlasse ich ganz euch aber jetzt müsst ihr damit vorlieb nehmen dass ich alles zeige so und kann man eigentlich so lassen erst mal ne ja warum nicht so jetzt mal überlegen hier ist haus hin hier könnte ich vielleicht die tierchen fangen da brauche ich auf jeden fall auch ich hoffe auf jeden fall irgendein eckenbaum der mit viel viel holz liefert muss ich gucken was ich da das ist aber nicht gerade viele zäune hier na so 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 terior so so David euch damit machen aber egal so da vorne da sperrmann ist die kuh gleich ein und die schafe könnten wir auch mal unterbringen denke ich ganz langsam zeugter weg alles mit dem platz war das studen wolfsbane potato sie sich schmeißen wir haben kartoffel okay erst mal 123 45 nicht so die folge packt mit tollen sachen hier geht da war ja was vermisst und täglich auch so ein bisschen auch ein bisschen ausleuchten es ist da dickies nix fans geht ja die mürchen hol ich jetzt gleich schweinchen so liebe kupferkuh ich hätte dich gerne mal eingeschlossen hier kommen mit boden für siegten musst du nicht komm hier rein ja wie machst du das haben wir dich gut so ich noch mal losziehen müssen hier da hätten es birke aber ich bier gebaut haben ich weiß noch einmal kommen das passt schon ich brauche so groß ist der dschungelbaum wenn ich super auch aus so jetzt steht meine essenskiste auf eine essenskiste ich habe kein platz hier und für zeit also essen essen zum begleiten auch als erstes betiteln blumen in der perle wir könnten eigentlich mal gerade was gucken okkulose okkulose machen ich glaube ich auch erst immer leder rumfliegen oder ich bin mir ziemlich sicher dass wir einen leder rumfliegen haben kann ich aus rotenfleisch leder machen das weiß ich gar nicht hier herr er blutfeld mal gucken ich hätte machen ja Wurmappel, Zombie-Jerky, okay, Salz, nein, das wollen wir nicht, Zombie-Jerky, nein, nein, das wollen wir auch nicht, hier mit Leder, Queen-Tea-Leafs, Food-Prozessor, aha, okay, aha,